Hallo zusammen, mein Name ist Zacharias Reinhardt von agensasbrothers.de und willkommen im Kapitel Konzipieren des großen 3D-Charakter-Workshops. In diesem Kapitel zeige ich euch einmal, wie wir die ganze Software, die wir brauchen, installieren. Dann werden wir die ganze Ordnerstruktur anlegen, die wir für dieses Projekt brauchen. Dann zeige ich euch, wie ihr in GIMP eine einfache Konzeptzeichnung erstellen könnt, mit Hilfe eines Grafiktabletts. Und danach werden wir verschiedene Blaupausen erstellen, die wir dann später im Teil Modellieren verwenden werden, um das 3D-Modell zu bauen. Okay, dann wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit dem Kapitel Konzipieren. Bis zum nächsten Mal.